5, 6, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Und fängt an. 6, 7, 8, und 1, und 4, und 3, und 4, und 5, und 6, 7, 8, und 1, und 4, und 4, und 5, und 6, und 7, 8, und 1, und 3, und 4, und 5, und 6, und 7, 8, und 1, und 3, und 4, und 5, und 6, und 7, 8, 1, und 2, und 3, und 4, und 5, und 6, und 7, und 8, 1, 2, 3, und 4, und 5, und 6, und 7, und 8, 1, 2, 3, und 4, und 5, und 6, und 7, und 8, 1, 2, 3, und 4, und 5, und 6, und 7, und 8, 1, 2, 3, und 4, und 6, und 7, und 8, 1, 2, 3, und 4, und 6, und 7, und 8, 1, 2, 3, und 4, und 6, und 6 und 7 und 8 1 und 2 und 3 und 4 und 5 6 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und 7 3, 4 und 6 3, 4 und 5 zum Choreo. Ich weiß nicht wann und ich weiß nicht wie es aussieht, aber ich weiß ganz genau, dass es irgendwann ein Nach-Corona gibt und wenn wir dann gleich die Choreo können, das wäre total geil, weil da kann man echt so Puff, Bäm, wir haben es drauf, wir können was. Heute noch ein neues Stückchen davor. Ich hänge euch auch die anderen Sachen noch dran, dass es ein Lernvideo ist von den anderen Sachen, die ich schon habe. Hallo, ich habe vor kurzem eine Dokumentation gesehen über die Halligen und die haben ganz oft Land unter und die wohnen dann so ein bisschen auf einem Hügel und da war echt eine ältere Dame, die hat gesagt, sie ist ihr Leben lang schon hier und das Land unter ist immer ganz schrecklich und das Wasser, wenn es hoch geht, ist es schlimm und es bleibt auch mal in Kürze mal länger, aber was sie auch ganz sicher weiß, dass es irgendwann weg geht und so denke ich ein bisschen auch. Ich weiß nicht wie es aussieht nach Corona, wie es sein wird, wie es anders ist, wann es vorbei ist, aber ich weiß, dass es vorbei sein wird. Irgendwann wird es vorbei sein, wie dann unser Alltag aussieht, das wissen wir nicht, das weiß ich auch nicht, aber ich weiß, es wird vorbei sein. Und dann haben wir die Choreo drauf. Bäm! Also, weiter geht's! Ich fange an, ich drehe mich so. Wir machen nach links eine Art von Triple Step. 1 und 2 und 3, 4 und 5 und 6. Linkes Bein nach vorne, das Krokodil. Fertig. Das gleiche nach rechts. 1 und 2 und 3 und 4 und Krokodil. Das letzte Mal ist ein Stamp. Ja, das stimmt. Nochmal in langsam. Dann geht's weiter. So eine Art Running Man. Ja, 4 Stück. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. Alles vordere Platte. Das Ganze gezählt. Gut. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. Als nächstes Stamp. Und Riffle. Riffle ist vorn, hinten. Das war ein Riffle und da kommt die Pferde. Das ist dann nicht... Eins, zwei, drei. Stamm. 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 Stamm Zusammenhang schon da? Shuffle, hop, lapple, 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 mit dem Timestep ist der Zusammenhang da. Das Ganze ein bisschen noch ruhig, einmal gezählt und einmal ohne zählen. Fünf, sechs, sieben, acht. Eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben acht. Eins und zwei und drei und vier und fünf und sieben, acht und sieben und acht. Eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben, acht. Eins und zwei, drei und vier, vier, fünf, sechs, sieben, acht und eins und drei und drei und vier und sechs und sechs. 수�via und acht und eins und zwei und vier und fünf und sechs und sieben, acht. Noch mal. Ohne zählen. Fünf, sechs, sieben, Acht. Und dann ist der Anschluss zum nächsten. Ja, leiden, leiden wir immer schneller. Ich mache die Musik zurück. Ich mache die Musik an. Das Stück mit dem Timestep-Übergang, dass das voll drin ist. Weil ich glaube, das Stück ist dann okay. Das Stück mit dem Timestep-Übergang. Das Stück mit dem Timestep-Übergang. Da war ein Triple drin. Nicht machen. Der Triple, es gibt wieder zwei Levels bei dem Tanz. Der Triple ist in dem ganz schweren Level drin. Kein Triple-Machende Timestep. Sorry. Haffi verdammt. Gut. Ticken schneller. Ihr könnt ja immer wieder zurückspulen, wenn ihr das Stückchen nochmal braucht, nochmal machen möchtet. Ich mache alle Varianten durch. Eins, zwei, drei, zwei. Eins, zwei, drei, drei, zwei, sechs, 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 sechs. Untertitelung. BR 2018 Okay? Noch eine Stufe. Und das ist dann Original. Also das ist jetzt Originalgeschwindigkeit. Untertitelung. BR 2018 Gut. Ich mache wieder zwei langsamer. Bei mir geht das... Ich habe Samsung Musik. Die App Samsung Musik. Und die ist echt... Das habe ich dazu vorausgekriegt ziemlich gut. Weil du hast ein Lied. Und dann kannst du oben bei den drei Pünktchen auf Einstellung gehen. Und dann gefragt nach Wiedergabegeschwindigkeit. Und dann kannst du eben ändern. Es geht auch viel schneller. Zu Hause zum Üben. Üb die Schritte, dass du die ohne Denkpause alle nacheinander kannst. Dann... Ich schicke dir das Lied auch... Oder ich habe schon geschickt. Auf jeden Fall krieg dir die Musik. Dann mach es langsamer. Und mach durch, bis es wirklich sitzt. Bis du wirklich durchflutscht. Oft sind die Übergänge das Schwierige. Übergänge heißt... Tank zum Beispiel... Ich erkläre mal hier weiter. Ich war dann hier angekommen. Das sind die Übergänge. Und die muss man fast mehr üben als die Pakete an sich. Wiederholen, wiederholen, wiederholen. Das ist sauber wert. Wirklich wiederholen, wiederholen. Und dann ein Tempo. Das nächste Tempo. Und wenn du schneller wirst, wird es lockerer. Also wirklich leicht locker. Dann kriegst du es hin. Ab der neun Stelle bis zum Ende in langsam. Bis zum Ende in langsam. Bis zum Ende in langsam. Ich mach es nochmal und drehe mich ein bisschen rum, dass ihr die Füße lassen sehen könnt. Bis zum Ende in langsam. Bis zum Ende in langsam. Untertitelung. BR 2018 Gut, Mittel, 9, noch über 9. Mittel gleich nochmal, einmal so rum, einmal so rum. Untertitelung. BR 2018 I love it! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020